Das, was ihr hier von mir seht, ist angeblich eine Hantel, die in der kompletten Menschheitsgeschichte nur eine Person aufheben konnte. Also nicht die, sondern die, darum ist sie auch noch in der Kiste, weil ich sie nicht aufheben kann. Die hier hat 31 Kilogramm, die hier hat 58 Kilogramm und das ist die sogenannte Thomas-Inch-Dammwelt. Die heißt so, weil angeblich nur Thomas-Inch, einer der stärksten Männer jemals, die heben konnte und die hat 78 Kilogramm. Das Ding ist diesen Gusseisen und der Grip ist halt wirklich so dick, dass es das quasi unmöglich macht, die aufzuheben. Die rollt mir einfach aus der Hand. Okay, ja, das ist Torshammer, die bewegt sich keinen Zentimeter. Mein Ziel ist es, jemanden zu finden, der die hier heben kann und dazu brauche ich eure Hilfe. Markiert jemanden in den Kommentaren, der das schaffen könnte und folgt mir für Updates.